Der Rebbe sagt, in Aleph Tewes, Eichhoydash, und das ist der sechste Tag von Chanukah. Das Heint besagt doch Hallo, also bei der ganzen Chanukah, aber euch mitzuleber Eichhoydash. Der Rebbe sagt, warum die Diener für Eichhoydash, was ist nicht Chalof, Chanukah. Der Rebbe sagt, in der Siddur, Pfarr Hallel, sagt er, und die Tag, was man ist nicht Goymah Hallel, also wir reichhoydash. Heint, wenn es Chalof Chanukah ist, als man sagt Chanukah ist, man Goymah Hallel. Wenn man Zeit Goymah Hallel ist, wenn man nicht Goymah Hallel, ist wie es ist, um sich führen mit der Brache von Zibon und der Kräste Hallel. Und der Schlecht Zibon allein soll machen die Brache von Zibon und der Schlecht Zibon und der Kohl und alle anderen, was da waren, sollen einfach an Amen. Und Joi zuwärme, die Brache von der Schlecht Zibon. Und Joi zuwärme, die Brache von Zibon und der Schlecht Zibon. Ich sagte, der Rebbe, also mit 40, an der Jochid, wenn er da und sich Biechidus machte jede Brache von Zibon, sei bei Zibon und sei bei Zibon. Und auf viele und die Tag, was man sagt, nur halb Hallel, ist nicht Goymah Hallel. Und er sagt, nur halb Hallel, ist nicht Goymah Hallel, ist nicht Goymah Hallel, ist nicht Goymah Hallel, ist nicht Goymah Hallel. Und er sagt, nein, aus dem Schweizer Zibon, ist nicht Goymah Hallel, ist nicht Goymah Hallel, ist nicht Goymah Hallel, ist nicht Goymah Hallel. Ich sage, ich habe mich nicht auf einen Rutsch an, das erinnert habe, dass ich mich nicht auf jeden Fall gemacht habe. und wir schocken die Scheine und wir machen keinen Bruch. Wenn wir nicht machen, haben wir keinen Bruch, weil wir schon mit uns sind, wo wir nur Littels herstellen. Aber dann haben wir gesagt, dass es ein Minig, nicht kein Tickung, nicht kein Konzert von Nebihim. Es ist nur ein Minig von Nebihim und für ein Minig machen wir nicht keinen Bruch. Doch da, die große Scheine, haben wir gesagt, hallo, das ist doch nur ein Minig. Wenn wir was machen, haben wir einen Bruch. Das andere, die schon sagen, haben wir gesagt, das ist doch gar nicht. Dann machen wir einen Bruch, aber wir machen keinen Bruch. Auf, halb und reich heutig. Der Rabbi Tam sagt, dass wir keinen Bruch. Aber was ist anders von der Raube, was macht nicht keinen Bruch. Weil der Raube ist nicht gesagt, es ist nur eine Tile bei Alme. Er nimmt nur. Aber als einer macht das, sagt der Bruch, sagt der Minig, dass er viel oder Armin in der Raube ist, sagt der Bruch, sagt der Bruch. Aber kommt doch jetzt doch nach Leckes. Ist der Alter, der sagt, dass wir so einen Moment haben. Evi der Ramban, so man nicht machen die Brache. Oder wir haben den Rabbi, und dann haben sie ja machen die Brache. Ist der Machrier, dass der Schlagzeber so machen die Brache. Und dann sagen sie, dass sie ja nicht zu werden mit dem. Aber wo ist die Pschad? Als der Schlagzeber, dass der Schlagzeber nicht machen die Brache, dass der Schlagzeber nicht machen die Brache. Daher ist das Schlagzeber, dass der Schlagzeber nicht machen die Brache. Aber es ist nicht kein Zoffer. Daher können wir so einen Schlagzeber machen die Brache. Aber wo ist das denn? Daher können wir so einen Schlagzeber machen die Brache. Das ist doch ein Appell. Aber wo ist es denn? Sie sind da andere Rischweine, was halten? Also nein. Das, was die Gemüseber sagt. Also wenn wir so einen Schlagzeber machen, dass wir so einen Schlagzeber machen, das ist nur ein Jochid. Aber als wir so einen Schlagzeber gesagt haben, machen wir so einen Schlagzeber. weil der Schlagzeber macht die Brache auf Hallel. Und der ganze Ölm empfet um ihn. Er ist bei der Schlagzeber. Aber als einer ein Jochid, sagt Hallel, und er hat nicht, da wenn ich mir nicht, es ist kein Schlagzeber. Er sagt, Jochid, es jämlte nicht dabei, sein Brache, den ich von bei der Schlagzeber machen die Brache. Am, Hadelsmelech. Damals macht er, in der Dinn ist er, macht nicht kein Brache. Einige machen, sagt er, dort in der Sondag, auf der Minnig, machen wir nicht kein Brache. Dort in die Gemüseber rät, nicht bei der Schlagzeber. Er rät das eine, er nimmt alleine an den Arroben, und will machen die Brache. Das ist gewöhnt, am meisten in die Gemüseber. Aber das ist aber gerade zurück, mit dem gewennten Arroben, hat er geschockt, nicht gemacht die Brache. Einige machen kein Schlagzeber. Aber sie halten, als voran, aber in dem von Beräub, Am, Hadelsmelech, und schassa Schlagzeber macht er Brache. Damals machen wir nie ein Brache, auf Arminig. Es ist eine, kein Eber sei, und das ist, der alte Leben ist auch rau. Es ist eben so, es ist ganz, die Tore, in der so Trachtung, kommt doch weiß es nicht. Also klar, ein Jochid, kein Eber, weil das ist Arminig. Und das ist, und der Arminig machen nicht kein Brache. Aber das ist ein Schlagzeber, macht die Erbrache, auf das ist, machen wir ein Brache, auf dem von Beräub haben, hat er es Melch. Die Rebe, kommt zu der Rebe, zu sagen, er nicht, dass sie die Pschatten, der alte Rebe. Die Rebe, alternativ nicht zu passen, dass nur die Schlagzeber, kann machen, der Brache. In der ersten Saison, er war, mit Iker, den halten wir, wie der Abinu Tam, auf dem, ein Jochid, kann euch machen, ein Brache, auf dem Minig, und das ist anders, weil sie nicht, sie nimmt, wenn ihr hier, mit dem Minig, das ist nicht, kein Dobrachosch, aber das ist nicht, das ist ein bisschen, aber das ist nicht, dass es ein Brache, wenn es nicht, dass es ein Brache ist, wenn es nicht, wenn es nicht, wenn es nicht, so, wenn es nicht, dass es nicht, sondern es ist, es ist nicht richtig, dass die Schlagzeber, so machen die Brache, wie das? Aber wenn es nicht da drin ist, dann muss man sich verletzen, wenn es nicht da drin ist. Wenn man sich nicht da drin hat, dann muss man sich nicht mehr verletzen, wenn man sich nicht mehr verletzt, wenn man sich nicht mehr verletzt hat. Aber ich habe nicht mehr verletzt, wenn man nicht mehr verletzt hat. Dann führt uns zu dem, was der Nusser, was man sagt, in der Hälucha, der Bruch was Lippsoyf, der andere sagen, Jeluch Hashem, wo keinem all-kohl-mah-secha, aber es ist ein Ruhm, der Al, es sagt, Jeluch Hashem, all-mah-secha. Was ist der Wort, Al? Tfilin, zumalegend Rashi, Rabbeinu, Tam, Raivit, Shemushirra, was leik Tfilin, alkopon, die, ala, blagendach, Rabbeinu, Tamz, zumalegendos, ala Tfilin, Zepar, Musif, aber nicht noch Musif, aber was, aber es steht, miszolun, Tfilin, bei Musif, almezokt Kaser, ist Tfilin, ist doch a Kaser, was heiteraktiv, zain, Kaser Tfilin, teraktiv, nefnekop, is almezokt Kaser, hidi, yitnul, lachor, in Musif, der, de, duch, von Kaser, ist Kaser, yitnul, lachor, Hashem, lekenuf, is almeh, yit, te Kaser, zummeh, beshteen, darmelein, nishtrogen, ken, kaser, is almeh, ganse, tog, zommeh, nishtrogen, ken, keser, vaham, egit, ibeh, der, keser, zummeh, beshten, afresh, chodesh, vaham, mesoktah, zain, in the, kdusha, kerasi, etnul, lachor, is almeh, almeh, tfilins, beinutam, rashi, mushera, beinutam, reib, vaham, zon, 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 zeh todayjokhen, far, mostlyff, aber, des shouldlim, vaz, mesokbes wishhah mitarkta, varen, adamstvelin, bezoktylem, umo, lente, mititas, or khuhmesh, izal, koponim, desi shouldlim, zon, lernin, anzogin, nokhen davinim. Helikhakk area.